Hallo und herzlich willkommen zu deiner neuen Sixpack Routine. Wir werden insgesamt vier Runden auf vier Übungen machen. Innerhalb der Runde wird es keine Pause geben, zwischen den Runden wird es aber immer 30 Sekunden Erholung geben. In den Runden möchte ich, dass du wirklich alles gibst. Es wird intensiv und die Bauchmuskeln werden brennen, das kann ich dir versprechen, das soll aber auch so sein. Außerdem freue ich mich, wenn du wirklich bis zum Ende durchhältst, denn da wartet noch eine extra Übung auf dich, die es in sich hat. Ich freue mich und würde sagen, los geht's! Wir starten mit der ersten Übung. Ihr kommt auf die Unterarme, stützt euch genau so ab und im Wechsel bringt ihr rechtes und linkes Bein gerade nach vorne raus. Die Bauchmuskulatur ist aktiv, die muss arbeiten, die muss das Ganze halten. Und ihr atmet bitte ganz entspannt weiter, die Luft nicht anhalten. Letzten Sekunden laufen. Übung 1 ist geschafft. Weiter geht es im Sitz und zwar mit dem Russian Twist. Die Füße schweben in der Luft und du tippst mit den Händen rechts und links neben dem Körper. Versuch, die Beine möglichst ruhig zu halten und nur mit dem Oberkörper diese kleine Rotationsbewegung zu machen. Sehr gut gemacht! Es geht weiter und zwar in Rückenlage. Beine kommen in einen 90 Grad Winkel, Arme lang neben dem Körper und du machst kleine Pumpbewegungen auf und ab. Blick ist dabei Richtung Oberschenkel gerichtet. Unterer Rücken ist schön fest auf der Matte. Und du spürst deine Bauchmuskulatur. Aber genau das möchten wir. letzten Sekunden. Wunderbar! Letzte Übung für diese Runde. Auch hier, wir bleiben in Rückenlage. Wir machen Greifen wechselseitig. Du tippst mit der Hand rechts und links jeweils an die Ferse und ziehst dich wirklich immer schön in diese Bewegung rein aus der Kraft deiner Bauchmuskeln. dranbleiben. Letzten 10 Sekunden. Und dann hast du die erste von unseren vier Runden auch schon geschafft. Und genau, jetzt wartet eine kleine Pause auf dich. So, langsam wieder bereit machen. Wir starten in Runde 2. Ihr kommt in die Seitstützlage, stützt euch auf dem linken Arm ab und macht die Beine schön lang und zieht sie dann wieder ran Richtung Oberkörper. Der hintere Arm kann stützend helfen, aber auch hier gilt es, aus der Kraft der Bauchmuskulatur das Ganze zu halten und die Beine lang zu machen und wieder ran zu ziehen. Letzten Sekunden. Gut gemacht. Seitenwechsel. Direkt auf den rechten Unterarm stützen. Der linke Arm stützt hinter dem Körper und auch hier Beine lang machen und ran ziehen. Luft auch hier nicht anhalten. Atem fließt. dranbleiben. Noch 10 Sekunden. Super gut gemacht. Wir machen weiter mit unserer dritten Übung in dieser Runde mit dem Bärenstand. Du kommst in den Vierfüßlerstand und löst die Knie vom Boden und lässt sie dann wieder Richtung Matte sinken. Also paar Zentimeter nach oben schieben und wieder sinken lassen. Blick ist jetzt zur Matte gerichtet. Schulter und Handgelenks sind auf einer Linie. Rumpf ist ganz stabil und aktiv. Und du schiebst hoch und tief. Super gut gemacht. Letzte Übung für diese Runde. Mountain Climber. Ihr kennt die Übung wahrscheinlich. Im Hochstützbeine Richtung Brust ziehen. Hier kannst du das Tempo selber bestimmen. Du kannst richtig Gas geben und es noch intensiver gestalten oder die Bewegung einfach ein wenig langsamer durchführen. Aber nicht stoppen, nicht stehen bleiben, weitermachen. Denn genau in 3, 2, 1 hast du wieder eine Pause. So, mach dich langsam wieder für unsere dritte Runde bereit. Die startet nämlich genau jetzt. Und zwar in Rückenlage. Kopf ist abgelegt. Beine gehen hoch in einen 90 Grad Winkel. Und du tippst mit den Fußspitzen im Wechsel auf der Matte ab. Die Arme liegen rechts und links lang neben dem Körper. Und du versuchst, die ganze Übung über schön Kontakt mit dem unteren Rücken zur Matte zu halten. Was hier nicht passieren sollte, ist, dass du in ein Hohlkreuz rutschst, sondern da einmal schön den Kontakt hältst. Im Wechsel Fußspitzen abtippen. Gut gemacht. Weiter geht's im Liegen Fahrradfahren. Kopf bleibt weiterhin auf der Matte. Arme sind neben dem Körper. Und du machst schöne große Fahrradfahrbewegungen mit den Beinen in der Luft. Auch hier die Luft nicht anhalten. Atme ganz entspannt und ruhig weiter. Letzten Sekunden laufen. Füße abstellen. Wir machen nochmal das Greifen. Wir haben es eben wechselseitig gemacht. Jetzt nur rüber zur linken Seite. Also immer linke Hand zur linken Ferse bringen. Und da kurz abschlagen sozusagen. Und wieder zurück zur Mitte. Jetzt wirklich nur einseitig arbeiten. Und immer wieder rüberziehen aus der Kraft der Bauchmuskulatur. Linke Seite ist geschafft. Wir machen natürlich auch die rechte. Wer hätte es gedacht? Das Ganze mit rechts, rechter Hand zur rechten Ferse. Und auch wieder hier aus der Kraft der Bauchmuskulatur. Zur Seite wegziehen. Luft nicht anhalten. Letzten 10 Sekunden durchhalten. Und Oberkörper ablegen. Die letzte Pause, die habt ihr euch verdient. Und dann starten wir gleich gemeinsam in die letzte und vierte Runde. So, nochmal bereit machen. Wir machen weiter. Und ihr kommt dazu nochmal in Rückenlage. Wir machen eine Päckchenposition und arbeiten jetzt erstmal nur mit der linken Seite. Linkes Bein, linker Arm gehen nach außen auf. Schön in die Streckung und dann wieder in die Päckchenposition zusammenziehen. Rechte Seite macht hier gar nichts. Nur links arbeitet. Öffnen und schließen. Atem fließt. Blick zwischen den Beinen durchschieben. Andere Seite. Das Ganze mit rechts. Jetzt kann die linke Seite entspannen. Rechter Arm, rechtes Bein lang strecken. Und zum Päckchen wieder zusammenführen. Öffnen, schließen. Dran bleiben. Zehn Sekunden noch. Noch drei, zwei, eins. Super gemacht. Vorletzte Übung in diesem Päckchen. Side Plank und zwar auf der linken Seite. Komm auf deinen linken Unterarm, Schulter und Ellenbogen auf einer Linie. Arm kann locker auf dem Oberschenkel abgelegt werden. Und du hältst diese Position. Und bist ganz stabil. Atmest weiter. Der Atem fließt. Schenke dir selber ruhig mal ein Lächeln. Du hast es nämlich gleich geschafft. Wir machen natürlich noch einen Seitenwechsel. Das Ganze jetzt auf dem rechten Unterarm. Stütze dich auf dem rechten Unterarm ab. Drück dich nach oben in die Luft. Und auch hier nochmal 30 Sekunden halten. Das schaffst du. Du hast schon so viel geschafft. Dann schaffst du jetzt auch noch die letzte Übung. Von diesem Päckchen. Durchhalten. Letzten zehn Sekunden. Runde vier ist genau jetzt geschafft. Und wie ich zu Beginn angekündigt habe, wartet am Ende noch eine letzte Übung auf dich. Nochmal so ein I-Tüpfelchen sozusagen. In Rückenlage. Crisscross. Los geht's. Die letzten 30 Sekunden versprochen für heute. Im Wechsel rechten Ellenbogen, linkes Knie und umgekehrt zusammenbringen. Weiter atmen und weiter arbeiten. Dranbleiben. Crisscross. Nur noch für zehn Sekunden. Letzten fünf. Und du hast es genau jetzt geschafft. Sehr gut. Meine Bauchmuskeln brennen. Deine auch? Schreib mir das doch gerne mal in die Kommentare. Wenn dir das Video außerdem auch gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Noch mehr freue ich mich darüber, wenn du einmal hier auf die Glocke klickst und unseren Kanal so abonnierst. Für heute verabschiede ich mich, mache jetzt eine kleine Pause, trinke einen großen Schluck und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.